Also ich habe hier nochmal die Zeugenbefragung der Nachbarn durchgesehen. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Allerdings, dass es schon nach 6 Uhr ist und ich ins Zumba muss. Mensch Nelly, es zählt doch nicht, was man unbedingt sehen will, sondern das, was ist. Und manchmal ist es einfach nur Selbstmord, okay? Ja, aber das steht doch hier so überhaupt nicht drin. Ach, das Mädel denkt, ich liess nicht richtig. Also, Fund der Leiche, nach Aussage des Hausmeisters um 7.30 Uhr. Und wiederum sagen die Nachbarn aus, die Schwester, pass auf, die Schwester der Toten sei um kurz nach 7 Uhr von der Nachtschicht gekommen und hat die Wohnungstür der Toten verschlossen vorgefunden. Ja. Und jetzt haben wir diesen Abschiedsbrief mit Datum und Uhrzeit von gestern. 20.30 Uhr. Ja, und der wurde im Wohnzimmer hinterlegt, genau. Ja, aber von wem? Von wem was, Nelly? Naja, der Abschiedsbrief hat denn jetzt die Tote oder die Schwester geschrieben? Also nur mal angenommen, dass es Selbstmord war. Es war Selbstmord. Ja, und warum steht das hier in dem Abschiedsbrief so 1a akkurat mit Datum, Uhrzeit? Schau, ich verabscheue mich, ich zittere am ganzen Leib, ich kann mich nicht mehr ertragen, nicht mehr klar denken und so weiter. Und dann so ein Schriftbild? Menschen in emotionale Ausnahmezustände können trotz kognitiver Blockierung sehr klar funktionieren. Selbst dann, wenn ihre Motorik stark beeinträchtigt ist. Echt? Und mit der legen die so eine 1a Schönschrift hin? Keinen Scheiß? Zeig. Das hätte ein Lineal sein können, was sie hier drunter gelegt hat. Und daneben zwei leere Xanax-Packungen. Verdammt. Die hätte das alles ausgekotzt, wenn die die zwei Packungen genommen hätte. Das ist dermaßen gestellt gewesen. Ist nur meine Meinung, du bist der Chef. Du hast recht. Verdammt. Echt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ach, passiert den Besten unter uns. Und ich kommen mit einem LB is. Wir bими leuk Vielen mit allen. Untertitelung des ZDF, 2020